Willkommen zurück bei Heretic. Wir sind diesmal in der richtigen Episode 4 mit Mark. Du bist auch wieder da. Ja, ich bin wieder da. Genau wie eben. Ja, wir hatten eben ein paar Probleme. Wir haben schon die erste Map gespielt und haben dann festgestellt, das war irgendwie gar nicht Episode 4, Map 1, warum auch immer. Aber du bist schon da. Ja, da bist du. So, und jetzt sind wir uns aber relativ sicher, dass es die richtige Map ist. Und zwischendurch haben wir schon mal wieder ein YouTube-Video angeguckt, weil wir nicht vielleicht auch so sagen, Gargoyle, Hilfe, ich gehe weg. Und dann haben wir gemerkt, dass es eine komplett andere Map war, die wir da gespielt haben. Und dann haben wir gedacht, ja, da kann ja was nicht stimmen. Genau. Und was genau jetzt falsch war, wissen wir gar nicht, aber es sollte jetzt richtig sein. Wo genau wir eben waren, wissen wir auch nicht. Genau. Aber es war auch schon sehr seltsam, dass wir null Secrets hatten und nur 25 Gegner. Ja, und es gab keine Schlüssel und keine Tür. Ja, richtig. Okay, hier haben wir drei Secrets. Ja, wobei, also das Level heißt ja auch wieder E4 M1 Katafalk. Das ist irgendwie merkwürdig, aber gut. Und ich habe jetzt keine Munition. Ich auch nicht mehr. Das wäre eben bei Kula. Da hat man mehr Munition. Da lag, ah, verdammt, nein! Meine Armbrust! Fuck, dieses Teil hat mich zerquetschen. Also... Meine Armbrust! Es war dabei, mich zu zerquetschen. Ja! Dann brauche ich jetzt Munition. Oh, grüner Schlüssel. Meine Armbrust! Ich will auch irgendeine Waffe außer meinen Stock. Du hast ja irgendeinen... Achso, ist das hier gerade aufgegangen? Ja. Ja, und ich habe nur einen Stock. Dann darfst du jetzt hier mal machen und so. Au! Ich bin tot. Ich habe den gelben Schlüssel auf jeden Fall. Ja, der war hier links rum, ne? Ah, Moment, hier ist irgendwas. Ach, das Teleporter. Oh, ah, ah, wo bin ich jetzt? Ich habe irgendeinen Teleporter gefunden und bin in irgendeinem Raum und ich weiß nicht wo. Könntest du mir auch mal hier helfen? Ich habe hier Gargolz in diesem Raum. Und ich weiß nicht mal, wo ich bin und wie ich hier wieder rauskomme. Es sei denn, ich sterbe einfach gleich. Du bist tot. Angefähr jetzt. Äh, bist du hier auf dieser großen Fläche irgendwo? Ja, bei dem gelben Schlüssel noch. Ah, da ist, äh, da hast uns dann den Minotaurus und Dingens, was auch immer. Ich weiß. Ja, ich weiß. Au. Und ich habe noch ganze 10 Schuss von Scheiße. Oh, 10 Schuss von Scheiße? 10 Schuss von Scheiße. Oh, da hast du Bock auf Toon. Da kann man aber nicht ran. Jetzt habe ich gar nichts mehr. Cool. Ähm, ja gut, vermutlich ist es eigentlich auch so gedacht, dass man seine Waffen und so aus den anderen Episoden halt mitnimmt. Hier, ah, das war noch ein Teleporter. Äh, und wir starten ja jetzt immer quasi neu und sind dann immer wieder bei 0. Das ist natürlich am Anfang jetzt immer ein bisschen doof. Oh, jetzt sind hier diese Viecher. Nein. Ach, jetzt sind wir hier oben. Ja, hier sind wir Quarzflaschen. Aber, nee, sonst ist hier auch nichts. Oh, du hast es zu einem Huhn gemacht. Ich habe es umgebracht. Nein, das arme Huhn. Ja. Was haben wir jetzt hier oben? Ich wäre stark dafür. Wir gehen erstmal wieder durch die gelbe, also zurück und dann durch die gelbe Tür. Ich weiß nicht, dann können wir hier die Gegner aber nicht dauer töten. Ups. Können wir die Gegner aber nicht töten? Warum sind hier jetzt auch so Schlangenviecher? Ja, wir können ja nochmal zurück. Oh, shit. Oh, shit. Ist aber auch irgendwie keine Munition, kann das sein? Ist auch ein bisschen für die Startwaffe. Wow. Und hier ist die gelbe, shit. Ja, ist ein bisschen ungünstig jetzt direkt am Anfang hier. Ich bin tot. Was machen die denn alle hier? Wie sollen wir denn überhaupt irgendwen getötet kriegen? Ohne Munition. Also ich habe von diesen Schlangendingern jetzt drei schon getötet. Was? Ja. Mit dem Stock. Oh, jetzt bin ich tot. Ne, halt jeweils grüne Schlüssel. Ich weiß auch nicht, ob man irgendwie einstellen kann, dass man schon so ein paar Waffen hatte halt am Anfang. Unendlich Munition wäre auch vielleicht gar nicht so schlecht. So, wir haben alles umgebracht. Hier oben ist was versteckt. Ne, doch nicht. Das ist die grüne Tür. Und ein Schalter. Ja, genau das. Oh, hier geht irgendwas auf. Oh, Magier. Wo denn? Hier oben. Hier wäre Munition für die Armbrust. Ach, scheiße. Ich habe aber keine Armbrust. Nicht? Du hast da einen eingesammelt. Ja. Stimmt. Ja. Da war doch was. Dann habe ich jetzt Munition für die Armbrust. Und noch mehr. Ja. Töte die Magier. Ne, ich muss mich jetzt hier um die Dinger kümmern. Welche Dinger? Wo bist du? Hier ist ein Loch. In einem anderen Raum gegenüber. Bist du in das Loch gefallen? Nein. Hier sind Sanduhren. Oh, ganz viele Sanduhren. Ich bin gleich tot. Jetzt bin ich bei der grünen Tür. Au. Bin ich tot. Ja. Shit. Du bist auch tot. Moment, ich muss mir eben die Sanduhren auswählen und dann spreng ich die Magier in die Luft. Wo sind die? Magiers? Wo seid ihr? Hier ist doch einer direkt am Anfang, wenn ich gerade angreife. Au. Ja. Habe ich ihn umgebracht? Nein. Hier, nimm das. Aber du hast mich... Schaden mir zugefühlt. Was? Echt? Ah. Das geht. Hier ist ein Schalter. Hast du den gedrückt? Weiß nicht. Ich glaube schon. Fuck. Wie sagt man denn die Magier töten? Oder hat der Schalter den... Moment, äh, grüner Schlüssel? Ich habe Händel. Was? Du hast Händel, woher? Von dem anderen Raum. Da waren Hände. Hier? Ja. Da ist ein Teleporter. Geh zurück. Nein. Wo denn? Ja, hier. Ja, wo? Ach da. Es ist dunkel. Oh Gott. Oh Gott. Aber hier ist das Book of Tome auf jeden Fall. Es ist dunkel hier. Ich sehe gar nichts, aber ich werde beschossen. Ich werde erstmal in den anderen Raum gucken, was da war. Ich werde, glaube ich, nicht durchkommen. Ah, shit. Irgendwie viel zu viel ist. Ah, Magier. Oh Mann, wir brauchen dringend unsere Waffen und ein bisschen Munition. Erstmal kommen jetzt die Magier weg, verdammt. Ich glaube, ich habe hier irgendwie was gesehen. Den Rechtenraum habe ich schon so gut wie alles rausgeholt. Fahr runter. Ja, ich habe die Drachenklaue. Na immerhin. Ich habe den Magier umgebracht, einen zumindest. Fuck. Okay, jetzt kann ich dir helfen. Wo bist du? Das war jetzt eine Magier tot. Hier ist einer. Ah, Drachenklauen Munition. Was war denn hier noch sonst so? Pfeile? Hier ist eine Teile. Hier ist Munition von dem... Die Ambrust. Ah, gib mal Bock auf Tome. Oh, so viele Magier. Oh, fuck. Ich will weg. Fahr mich hoch. Nein. Was ist... Oh Mann, das wird ja gar nichts hier mit uns. Stirb, Magier. Ja, einer ist tot. Oh, ich bin tot. Ah, fuck. Da unten war doch gerade noch was. Hier ist Unsichtbarkeit. Ich brauche Müs. Sind wir immer noch Magier? Ja, irgendwo sind Magier. Ich gehe gerade die Treppe runter. Hier ist so ein Gang. Hier ist ein bisschen... Secret und... Oh Gott. Das sind Gargoyles. Ich weiß nicht genau. Da war ein Secret und jetzt bin ich wieder am Anfang. Ja, genau. Und hier sind Gargoyles und... Irgendwo ist hier auch noch so ein anderes Viech. Hier. Ja, es hat den Gargoyle getötet. Stirb doch. Oh, ich habe es dann gebracht. Wo seid ihr denn, Anne? Halt, ich war hinter dir. So, und jetzt... Rechts. Folgen wir nochmal in den Teleporter hier. Okay. Irgendwo sind hier noch böse Gegner. Aber es ist alles dunkel. Das ist ein bisschen problematisch. Oh ja. Ja, aber das war's. Oh, hier sind ganz schön viele böse Gegner. Ja, ich weiß. Egal. Ich brutzle sie alle mit meinen... Aus. Tot. Ich habe sie trotzdem gebrutzelt. Ich greife sie an. Ah, fuck. Also es ist echt übel, ohne eine Waffe zu haben am Anfang. Und hier sind auch noch übel... Hier ist noch der Minotaurus. Oh ja, den müssen wir auch noch töten. Ohne Waffen. Und wir haben... Ich habe ein Secret bis jetzt. Das sind jetzt glaube ich noch zwei von diesen Schlangen. In dem dunklen Raum. Ähm, warte. Das ist auf der anderen Seite. Hier konnten wir auch schon durch. Wo ging's denn hier hin? Achso, hier ist nur die grüne Tür. Okay, unten drin ist jetzt alles tot. Das erste. Ähm, dann müssen wir jetzt entweder den Minotaurus töten. Achso, hier geht's ja auch noch hoch. Ach, hier ist noch ein Aufzug. Hier unten in dem dunklen Raum. Ja, da war dieser... Die Drachen-Clown-Waffe. Achso, hier oben warst du schon. So. Ach, und da kommt man zum grünen Schlüssel. Echt? Ja. Was? Wo, wie? Durch den dunklen Gang. Hä? Da war ich doch schon... Diverse Male. Da war der grüne Schlüssel. Ich hab nix gesehen. Ja. Man kam direkt vor dem grünen Schlüssel raus. Man konnte ihn eigentlich gar nicht übersehen. Achso, dann hab ich nur die Waffe eingesammelt und... Oh, hier ist was runtergefahren. Aha. Dann hab ich nur die Waffe eingesammelt und bin dann weitergegangen. Nee, du kannst ja gar nicht weitergehen. Du wurdest mit dem Aufzug da hochgefahren. Nee, ich bin... Ich hab die Waffe von dem Aufzug genommen und dann bin ich da unten geblieben und hab die Viecher beschossen und dann wurde ich getötet. Achso. Und dann muss ich jetzt nochmal eben da runter. Ja, ich hab alles getötet da dran. Hier unten ist bestimmt irgendwo noch ein Secret oder so. Das ist der Aufzug. So, genau. Ich hab nur die Waffe draufgegangen. Ich will mir da hochfahren. Nein, Mist. Ja. Und dann springst du da runter. Ah. Dann bist du beim Grünschluss. Okay. Dann auf zur grünen Tür. Wollen wir hier erstmal die Minotaurin und sowas töten? Achso. Oder erstmal auf der anderen Seite hier gucken. Ja, da war ich schon was. Echt? Ja, da war dann dieses Loch. Da warst du auch schon. Echt? Ja. Oh, da bin ich jetzt bei der grünen Tür. Richtig. Lass uns trotzdem noch zu den Minotaurin. Wie kommen wir da nochmal hin? Achso, ja, genau. Ja, auf der anderen Seite. Gut. Äh, wo ist denn der? Ach, da. Oh. Hast du Munition für irgendwas? Ich glaube nicht. Direkt tot. Wollen wir vielleicht doch lieber später wiederkommen? Nee. Ich mach den jetzt mit meinen Händen kaputt. So, ja, okay. Du hast immerhin noch Hände. Ich hab gar nichts. Ich kann ihn ablenken. Du kannst dann auf ihn draufschlagen. War da unten nicht noch irgendwas? Warte. Wo ist er da? Also hier oben? Nee. Stirb. Ich hab nicht. Ich hab Unsichtbarkeit. Ansonsten gar nichts. Mann. Ah. Nein. Hilfe. Scheiße. Komm zu mir. Halt. Halt. Oh, hier. Friss meinen Stock. Ich ramme ihm meinen Stock in den Arsch. Au. Ja. Stehe ich auf ihn? Ich stehe kurz auf ihn. Vielleicht hätte er dich da nicht treffen können. Ja, aber er ist weitergegangen und da bin ich leider runtergefallen. Fuck. Ich hab 88 Leben. Oh, er ist noch 72. Ja, er ist tot. Er ist tot. Ja. Ja, dann komm hoch. Wie denn? Ach, durch den Teleporter, ne? Durch den Teleporter. Ach, ja. Ich glaub, für Episode 5 guck ich dann echt mal, ob man irgendwie am Anfang sich ein paar Waffen machen kann. Ja, wäre, glaub ich, besser. Um die zu ersetzen, die man normal halt... Grüne Türen. ...gehabt hätte. Da, jetzt hast du auch diesen Stock. Oh, ja. Ja, Munizium. Ich wette hier links an den Seiten, ist auf jeden Fall ein Secret irgendwo. Ja, hier zum Beispiel. Direkt erster Versuch, da ist ein Schalter hinter. Ach, steh ab. Oh, hier ist noch einer. Oh, ich hab die Karte gefunden. Echt? Sehr gut. Die sind aber alle irgendwie aufgegangen. Ja, hier ist auf jeden Fall ein Schalter. Oh, hier ist noch ein Teleporter. Oh, hier ist auch noch ein Teleporter. Okay, die sind anscheinend echt überall aufgegangen. Oh, hier ist ein Kopf. Geh da ein bisschen sparsam mit deiner Munition um. Au. Bist du den Teleporter gegangen? Nee, noch nicht. Okay. Das sind aber zwei Teleporter. Ach so, der eine bringt uns wieder zum Anfang zurück. Wo ist jetzt überhaupt das Secret? Äh, wo ist denn noch ein Teleporter? Irgendwo ist er im Gang drin. Pio, 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 pio. Und das war's auch schon mit meiner Munition. Ich sehe nur diesen einen hier, oder? Also hier ist er. Nee. Sicher, dass es mehr als einen gab? Ja, hier ist noch eine. Oh. Kriegen der Unverundbarkeit. Und direkt tot. Komm, man dann hin? Ja, da sind so ein paar böse Gegner. Geh ich wieder zurück. Oh. Ah. Warte, ich nehme meinen Ring der Unverundbarkeit und dann... Da sind noch ganz schön viele Teleporter. Also immer, wenn du längst an die Wand gehst. So. Ring der Unverundbarkeit. Aber wo war denn hier das Secret in den Gängen? Irgendwie habe ich da gar keins. Nee, das war auch kein Secret. Ach so. Das ist einfach nur aufgegangen. Okay. Ich verprügel sie jetzt gerade mit meinem Stock. Also bist du da beim Teleporter? Ja, genau. Ich geh schon mal weiter. Nein, hier sind noch mehr. Und direkt keine Munition mehr. Wie sagst du so viel Munition für deinen Stab da? Ich hab halt viel bekommen. Aber meine ist gleich auch mehr. Scheiße. Genau jetzt. Ich hab noch Armbrust. Ich hab auch ganz... Ich hab auch ganz viel Armbrust-Munition eingesammelt. Ich hab aber keine. Das ist das Problem. Äh... Moment. Zwei haben wir... Ja, zwei Gänge haben wir gesäubert hier. Ja. Ja. Ungebracht. Ja. 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 Nein, ich geh wieder weg hier. Nein, hier ist gar kein Teleporter. War da keiner mehr? Nee, also ich wollte zurückgehen, aber ging nicht. Ach so, ja. Das hätte ich dir auch sagen können. Boah, das gibt's doch nicht. Oh, mir fällt auf, wenn wir geradeaus gehen, kommen wir ja sogar hier unten rein. Ja, dann sind wir in diesem Raum. Hier liegt auf jeden Fall ein bisschen Munition. Was ist hier unten? Äh, ach da... Oh, das fährt alles. Ha? 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 Ja, das habe ich dir je geschäulert. Da unten ist ein Kopf. Oh ja, nicht nur einer. Ganz schön viele sind da. Vier Stück, glaube ich. Na toll. Ich würde auch lieber wieder gehen. Tschüss. Hier sind Schalter. Ich habe ja einen Schalter gedrückt. Was macht der? Ich will nach Hause. Der hat hier... Ach so. Der Schalter macht hier andere Türen auf mit noch mehr Schaltern. Jetzt habe ich alle gedrückt. Jetzt ist hier... Oh. Ups. Na, sehr gut. Äh, äh, das war ich. Ach so, kannst du mal ganz schnell gucken, wo das Secret Level ist? Nee, kann ich machen. Wie konntest du das nicht sehen? Mann. Ich war in Panik. Da waren vier Köpfe und noch ganz viele Gegner. Und ich habe nur gesehen, in der Mitte ist was runtergefahren. Und dann bin ich da einfach schnell hingegangen. Und ich habe einen Nächsten... Und ich habe noch nicht gesehen.